Musik 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 Das überlegen wir uns später. Jetzt müssen wir zuallererst Kates Mom finden. Danke, Marcus. Hier geht's lang. Verdammt, wir müssen diese Locust-Cocons aus dem Weg räumen. Oh ja, am besten bevor weitere Science aus dem Weg rauskriegt. Okay, geh zurück. Ich räum die weg. Erledigt. Wir können weiter. Laufen am Sturm. Da kommt eine richtige Flut. Laufen! Laufen erledigt. Lass die Kapseln in Ruhe! Der ist raus! Was für eine Sauerei! Gute Arbeit. Und jetzt weiter vorrücken. Das war's. Wir sind durch. Der Cocons, weg damit! Der Startler wurde getroffen! Oh, scheiße! Leg den Hash um! Den was? Den Hash! Deswegen sind wir... Ach, Pakist, ist erschießt, das Ding einfach! Das ist ein Ding einfach. Oh, ich werde nicht das. Das war's. Ich werde nicht mehr Jesus ausprobieren. Oh Scheiße, leg den Hescher um! Den was? Den Hescher! Deswegen sind wir... Ach, Paketisch, das schießt das Ding einfach! Du hast ja deine Kapsule! Ich bin dein Kapsule! Ich bin dein Kapsule! Ich bin dein Kapsule! Drei Momente zur Kuss! Bleib raus! Hilfe hoch! Ich brauche hier Hilfe! Ich brauche hier! Geh, Drei Momente! Ich brauche hier! C'mon! Es war alledig! Oops! Okay, suchen wir einfach den Tunnel hier raus und arbeiten uns zum Erztransporter vor. Hattet ihr Probleme hier runter zu kommen? Das war ein ziemlich langer Ritt. Nein, keine echten Probleme. Wir haben einen Weg hier raus, oder? Oh, ja, natürlich. Aufpassen! Sparm direkt voraus! Hey, komm zurück weg! Ja, geh schon! Er ist tot! 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 Dad! Ich krieg das hin! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Hey, Marcus, dem sind wir auf dem Hinweg begegnet. Es ist nicht mehr weit. Noch mehr davon! Macht euch bereit! Shit! Ich muss nur ein wenig schneller griechen. Er ist tot! Mach's nur in der Welt! Das gefällt mir! Kommt schon, wir sind fast da! Noch ein Herrscher! Lasst euch nicht schnappen! Der komplette Schwarmstock ist uns auf den Fersen! Der Herrscher kommt runter! Lasst ihn zurück! Werther kann runter! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Frissdreck! Hasher erledigt! Jetzt noch die restlichen Drohnen aufreiben! Wiederbeleben! Gut, du bist wieder fit! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Tod! Verdammt! Ich bin getroffen! Und ein wenig schneller kriechen! Raus hier, bevor noch mehr auftauchen! Laufschritt zum Erztransporter! Komm schon, komm schon! Ich bin getroffen! Laufschritt zum Erzsatz! Oh Scheiße, noch mehr laufen! Oh Scheiße, noch mehr laufen! Entschuldigung! Das ist ja gut. Zum Erztransporter geht's die Treppen hoch. Lauft weiter! Los! Ist das unser Weg nach oben? Sie kommen. Kate zu mir. James, wir brauchen einen Plan. Okay. Benzintank? Explodiert. Kontrollraum? Zerstört. Eheilung. Wir fliegen. Hä? Äh, witzige Idee, aber leider unmöglich. Vielleicht nicht. Hey, ich hab einen Plan. Ich möchte erwähnen, dass ich nichts damit zu tun habe. Schnappt euch alle ein Kabel. Schießt! Verschleißer! Ha, ich hab doch gesagt, das funktioniert. Das ist keine gute Idee. Vorsicht! Netze, beseitigt sie! Der Minenschacht stürzt ein! Nein, 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 nein! Oh, scheiße, das war knapp. Na, komm, lachen! Untergehen, lachen! Oh, scheiße! Gegen Gewicht! Huch! Bessene Idee war das nochmal? Hey, wir arbeiten doch noch daran. Biest auf die Sätze! Abreinend! Ach, wir sind frei! Wow, ist das jetzt wieder? Oh, scheiße! Fass um! Ich seh schon das Ende! Ah, noch weißen sie mich an! Diese Maschinen werden uns zerquetschen! Dann knallt sie ab! Wir werden einfach immer schneller! Hey! Wie, das war's? Ha, und du dachtest, fliegen geht nicht.